Die Gauselmann-Gruppe hat sich auf die Unterhaltung Erwachsener spezialisiert. Zu den wichtigsten Säulen zählt die Entwicklung von Spielen und Spielgeräten, die am Standort Lübeck produziert werden. In nur 15 Monaten entstand hier unter dem Namen Halle 8 ein neues Logistikzentrum mit 21.000 Quadratmeter Nutzfläche, das sich nahtlos an die bestehenden sieben Hallen anfügt. Tore, Türen und Verladetechnik sowie einige Sonderanfertigungen stammen aus einer Hand von Hörmann. Wir versprechen uns zukünftig in der Zusammenarbeit mit Hörmann einen Partner zu haben, der in der Lage ist, Wartungsdienste beispielsweise und auch aufgrund der kurzen Wege Ersatzteile sehr schnell zu liefern und Reparaturen auch kurzfristig durchführen zu können. Ein weiterer Vorteil der Rundumversorgung durch einen Lieferanten bestand in der zuverlässigen Baustellenbelieferung. Während der eng abgestimmten Bauphasen konnten die jeweils benötigten Tore und Türen kurzfristig abgerufen werden. Wir hatten relativ viele Sonderanfertigungen umzusetzen und diese Sonderanfertigungen sind auch alle fristgerecht erledigt worden. Das war schon nicht von jedem Lieferanten so zu erwarten. Zu den Sonderanfertigungen zählte eine Lösung an der Schnittstelle zwischen Halle 5 und 6. Im Zuge des Neubaus war dort ein neuer Durchgang notwendig geworden. Die Schleuse musste hoch genug sein, um mit einem Flurförderzeug mit einer Höhe von 4,50 Meter durchfahren zu können. Hier eine Sondersituation beidseitig, also neben Hallenabschnitt, eine F90 Türanlage zu verbauen, die dazu mit Sondermaßen und Sonderführungen ausgestattet werden musste. Und das in einer extrem kurzen Bauzeit war eine herausragende Leistung des Lieferanten. Eine weitere Herausforderung beim Bau von Halle 8 bestand in den Torabdichtungen der vorgelagerten Verladerampen. Wir müssen täglich an zehn Verladetoren verschiedenste Fahrzeugarten abwickeln von unterschiedlichen Fahrzeughöhen, Breiten, Aufbauformen. Und da war es notwendig, ein flexibles Torsystem zu haben, das sich den unterschiedlichen Fahrzeugformen anpasst, leicht in der Bedienung ist, keine Störungen produziert und uns schnell an der Rampe agieren lässt. Denn da verdienen wir unser Geld letztlich. Der Hörmann Undock Assistent HDA Pro unterstützt den Fahrer beim sicheren Heranfahren an die Rampe. Sensoren im Torblatt erkennen die Entfernung des Fahrzeugs und eine Ampel signalisiert dem Fahrer, ob er bereits an der richtigen Position steht. Mit dem Hörmann Radkeil wird verhindert, dass der Lkw während des Verladevorgangs die Andockposition verlässt. Nachdem der Lkw angedockt ist, wird die Torabdichtung aufgeblasen und dichtet das Fahrzeug von drei Seiten ab. Erst danach wird das Sektionaltor geöffnet, wodurch Zugluft, Wärmeverlust und die damit verbundenen krankheitsbedingten Ausfälle minimiert werden. Wir haben ein Jahr, nachdem wir eingezogen sind, sehr gute Erfahrungen mit der Firma Hörmann gemacht. Alle Produkte bewähren sich im Alltagseinsatz und wir können nicht klagen.